Musik An einem schönen sonnigen Tag ging der kleine Kater Ferdinand spazieren. Nach einer Weile trifft er auf das kleine Schwein Piggy, welches sich verirrt hat. Während sie sich unterhalten, passiert etwas Unvorstellbares. Plötzlich ist ein greller Blitz am Himmel, ein flammender Meteor stürzt Richtung Erde. Kater Ferdinand und Schwein Piggy erkennen die Gefahr und verwandeln sich mit Hilfe ihrer übernatürlichen Kräfte in Supercat Ferdinand und Spiderpick Piggy. Sofort fliegen sie gemeinsam dem Meteor entgegen. Sie werfen den Meteor aus seiner Umlaufbahn und retten so die Welt. Glücklich und zufrieden kehren sie auf die Erde zurück. Gemeinsam fliegen sie zu Piggy's Saustall, wo die besorgte Mama von Piggy wartet. Sie verwandeln sich wieder zurück und leben glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.